Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tech It Light. So, wir haben großes vor. Ganz großes, wofür wir ganz, ganz viel Zeug brauchen. Oh je, oh je, oh je. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir hier alles gekriegt haben. Und das mal alles weiterverarbeiten. Denn wir brauchen wirklich, wirklich, wirklich eine ganze Menge Zeugs. Ja. Und. Das wird wahrscheinlich alles, was wir hier so haben, erstmal nicht reichen. Aber hey. Dann kann keiner sagen, wir hätten es nicht versucht. Davon brauche ich nichts. Die nehmen wir auch mal alle mit. Ja, denn jetzt geht es ans Atomkraftwerk, meine Lieben. He, he, he. So. Ach ja, genau, das war der Recycler. Ich muss das hier masserieren. Fangen wir hier mit an. Packen wir den Rest hier oben rein. Ups. einmal aufteilen, bitte. Extrakter war es nicht. Der Kompressor. Jetzt brauchen wir doch den Kompressor. Obwohl, hatte ich nicht sogar mal Uranium gepresst? Drei Stücke. Das ist ein bisschen mau. Okay, dann brauchen wir noch einen, nein, keinen Nimmsteiger, sondern einen Kompressor. Ein normalen Kompressor. Das reicht uns vollkommen. Ja, genau. Maschinenblock. Electronic Circuit. Oh, Moment. Ähm. Ja, ja. Ja. Alles, alles gut soweit. Okay. Halt, stopp. Ich glaube, ich habe ja noch alles drin, oder? Refined Iron habe ich noch drei. Ach, ich hatte noch welches gemacht, gehabt, genau. Das sollte dann, glaube ich, ausreichen. Zehn Stück. Ja, doch. Könnte hinkommen. So, okay. Da sind wir heute mal ganz produktiv, ja. Das wird, oh Gott, wir müssen so viel Eisen und Kupfer verbauen. Das ist, oh, Ah, furchtbar. Okay, Refined. Machen wir da erstmal den Maschinenblock. Und dann haben wir Gummi, ja natürlich. Zack, zack, zack. Klick, klick, klick. Ups. So, Redstone, Redstone. Und ein Refined Iron. Zack, zack, zack. Das war jetzt kein Aufwand. Das kriegen wir ja wohl hin. Mhm, 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 mhm. So. Und ich denke, weil wir, also das, ähm, den Aufbau vom Atomkraftwerk, den habe ich vom, ich weiß gar nicht, wie er heißt, es tut mir jetzt gerade ziemlich leid, aber ich werde ihn euch in der Infobox verlinken. Das Tutorial von ihm, das ist wirklich gut, das ist auch, ähm, quasi den, ähm, also den Aufbau haben auch die Pogtrop Media und Zander in ihrem Let's Play together mit dem Tech Town, ne? You know what I mean. Und das ist ziemlich gut. Und, ja, es ist absolut sicher, das heißt, es kann uns nicht um die Ohren fliegen. Ähm, ja. Schön, nicht wahr? So, bald kommt hier auch die Probe aufs Exempel, ob es wirklich stoppt, wenn es voll ist. So will ich ja mal hoffen hier. Okay, ähm, so lange machen wir mal weiter. Wir brauchen das, ja doch, ähm, Gold brauchen wir ja doch, also, okay, nein, stopp halt. Eins nach dem anderen. Wir brauchen Kupfer. Und zwar, ja, ich denke, alles, was wir haben, äh, mh, das sind 122, nein, falsche Richtung. Und so viel Eisen wie nur Geld. 248. Gut, ah, oh, oh, stopp halt. Die brauchen wir auch. Und Stein habe ich ja noch drüben drin liegen, das kriegen wir schon alles hin, ja, ja, ja. So, gut, also. Ähm, womit fangen wir an? Upsala. Ja, als erstes, genau, brauchen wir sowieso einen Kompressor, weil wir unseren, obwohl, da könnte ich direkt auch eigentlich über so einen Singulatory ähm, Kompressor nachdenken. Advanced Machine Block und Obsidian. Habe ich noch Obsidian? Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Da wir es ja nicht mehr herstellen können über den, ähm, Minium Stone, was ziemlich doof ist. Na, komm hier. Upsing. Nee, gut, ich habe jetzt, ich versuche nicht, sechs, sieben, sieben Obsidian. Wo ist denn das? Mein Ding ins Pack. Oh, da, das braucht dringend mal eben Strom. Einmal kurz Strom abzapfen. Und einmal das Jetpack. Äh, ja. Ich überlege gerade. Also. Fangen wir hier mit den Chambers an? Ich weiß es nicht. Und wo bauen wir uns überhaupt hin? Hm. Das ist die andere Frage. Egal. Aber ich glaube, bis wir alle Sachen zusammen haben, dauert es eh noch eine ganze Weile. Also von daher, kann ich wieder noch später darüber Gedanken machen. Ja. So. Das ist fertig. Gut, dann. Unsere Rüstung wird eh sowieso langsam kaputt. Also brauchen wir eh neue. Und da können wir uns direkt die richtig teure zulegen. Nicht wahr? Ja. Ähm. Da müssen wir jetzt nochmal eben kurz runtergehen. Und dann müsst ihr das mal eh kurz ertragen, dass ich ein bisschen Obsidianen abbauen gehe. Aber hey. Da müsst ihr jetzt durch. Was zu essen dabei? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Egal. Unwichtig. 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 Ich sollte ihn trotzdem mal in die Hand nehmen. Sicher ist sicher. Ich kenne das. Hier lauert ja immer alles auf mich. Ich bin ganz schön misstrau. Da war ein Endermann. Dings. Da habe ich gesagt, sieben, ne? Ja, ja. Eins. Oh Gott. Öde. Ups. Entschuldigung. Oh mein Gott, guck mal, wie viel Lava da noch drin ist. Das ist der Hammer. So viel können wir gar nicht verbrauchen, wie... So viel Strom brauchen wir auch gar nicht. Naja, ist ja nicht so schlimm, ne? Oh, da ist Kupfer... Ähm, Eisen, das ist gut. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Wirklich alles. Oh, ja. Das war eine teure Angelegenheit, aber... Es wird sich lohnen. Es wird auf jeden Fall lustig, diese Rüstung. Ja, ja, ja. Zack. Äh, wie viel haben wir jetzt? Sieben, acht. Perfekt. Ha, wunderbar. Ist ja quasi fast wie gewollt. Natürlich alles geplant. Alles. So wie immer alles geplant ist, was ich tue. Ruhe. Ich hab jetzt keine Zeit für dich. Lass mich mal hoch. Das nehmen wir mit. Das ist wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Wir werden... Also, glaube ich zumindest. Ich hab jetzt gerade die... Idiot. Die Rezepte nicht genau im Kopf, aber wir brauchen wirklich eine Menge Eisen, aber auch eine Menge Kupfer. Ich hoffe, wir haben genug Kupfer, ey. Oh Gott, das wird echt... Oh, das wird so scheiße teuer werden. Egal, wozu haben wir denn das Zeug? Um es zu benutzen. Ganz einfach. Und deswegen wird es auch ganz, ganz toll werden. Nicht wahr? Ach ja. Oh, das Atomkraftwerk ist schon was Feines. Ja. Oh, ich glaube... Läuft eigentlich der Ding jetzt noch? Der Recycler? Das wäre ganz gut, wenn er auch... Ach ne, genau. Ich hatte ja die... Die, äh... Upgrades da rausgenommen. Dann hatte ich ihn auch ausgeschaltet, weil er ja nicht schnell genug ist sonst dafür. Dann müssen wir bei Gelegenheit auch mal wieder welche machen, aber das ist mir jetzt zu umständlich. Du läufst nicht, richtig? Richtig. Wie sieht's hier aus? Hä? Hab ich den noch gar nicht befüllt? Sieht fast so aus, würde ich sagen. Gut, dann nehmen wir nicht. Ähm... So, hier kommt dann das Eisen noch rein. Und dann gucken wir mal. Also... Was hab ich jetzt gesagt? Brauch ich für den Single-Train... Ups. Oh nein. Meine... 99 Items ist weg. Ach, scheiße. Hm. Das ist jetzt nicht so gut. Okay. Ich überlege. Es war ein Advanced Machine Block. Oh Gott, wie braucht man jetzt den nochmal gleich? Äh, äh... Ähm... Hm... Hm... Ich weiß es nicht. Ach, so ein Bockmist. Gut. Dann, äh... Sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Ja. Da hatte sich Minecraft... Also das Taget Light komplett aufgehangen. Also einmal komplett löschen und wieder neu drauf tun. Ja, so ist das. Ich hab mal was zu essen. Kann schon mal passieren. Ich hoffe, ich hab jetzt nichts vergessen, wieder um- und einzustellen. Aber ich... Sollte alles in Ordnung sein. Habe ich eigentlich noch irgendwas zu essen drin? Also jetzt was Fertiges zu essen? Wie Fleisch oder so? Nicht? Nein? Hatte ich nicht irgendwas gebraten? Oder so? Oder so? Oder so? Ach ja, die arbeiten fleißig. Oh nein! Wo sind die denn jetzt schon... Hm... Warum wollen meine Animationen jetzt nicht mehr mitmachen hier? Oh... Ist doch zum Kotzen. Ups! Was mach ich denn hier? Quatsch. Hatte ich überhaupt schon Kühe? Ja doch. Ach nee. Immer diese Probleme. Mit den Texturen. Ach, was soll's. So, erstmal das Fleisch machen. Bitte eben kurz. Ich hab mich Hunger, 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 Hunger. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ein Stück Fleisch zwischen die Zähne. Und weiter geht's. Äh, was hat ich gesagt? Ach ja, genau. Ich wollte den... Ähm... Den Singuletary Kompressor machen. Ähm... Ups! Ah, siehst du? Das fehlt noch. Okay, gut. Das hab ich vergessen. Recipe Mode. Dön. Ähm... Singuletary. Na ja, Advanced. Ach ja, genau. Ähm... Alloy und Carbon Plates. Gut, das kriegen wir wohl hin. Brauchen wir doch ein bisschen mehr Refined Iron. Und zwar brauche ich... Ähm... Nein, stopp. Ähm... Warte, wir haben vier. Wir brauchen... Acht für... Äh... Das... Den... Den... Den Maschinenblock. Dann brauchen wir... Drei für... Das Dingens. Ich glaube, das kommt hin. Wisst ihr was? Wir machen's... So. Ja. So einfach. Äh, jetzt brauche ich Bronze. Ich hoffe, das habe ich noch unten irgendwo drin. Hocken. Bronze. Zwei. Das ist einer zu wenig. Verdammt. Äh, ja. Ah, jetzt... Das auch noch wieder. Ja. Natürlich. So. Typisch, typisch. Gut, gut, gut. Bronze. Gut, dann brauche ich... Ähm... Ja, wieder ein bisschen... So wenig Kupfer. Hä? Wo kommt der hin? Kupfer. Achso. Eins. Äh... Zwei, drei. Ich glaube, das ist richtig. Und Zinnstaub. Äh. Das ist nur ein Eisenstaub. Warum auch immer der hier drin ist. Halt. Tin. Tin, tin. Nehmen wir den. Ja. Ah. Ah, so. Oh, nee. Das ist falsch. Natürlich ist das falsch. Ne. Zack. Tun wir das mal eben schnell hier runter. Ja, ja. Stell dich mal nicht so an. Dann kriegst du sie eben auch noch. Ah, immer so anspruchsvoll hier. Hopp, hopp. Mach jetzt hin, ne. Entsch. Wir haben heute nichts geschafft, außer ein paar Sachen zusammengetragen. Hey, das ist nicht sehr effektiv. Muss ich ja schon sagen. So. Zack. Die kommen wieder mit. Hopp, hopp. Schneller. Damit niemand sagen kann, wir hätten nichts gemacht. Okay. Ich brauche... Ja, ja, ja. Ähm. Iron, Bronze, Tin. Gut. Wo sind wir sie denn da? So. Das können wir schon mal kompressorieren. Dann machen wir schon mal die Carbon Plates. Dafür brauchen wir Kohle-Staub. Kohle-Dust. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel. Ist ja auch nicht so schlimm. So. Eins. Zwei. Ja, genau. So war das. Und dann machen wir jetzt die zwei Carbon Plates raus. Und... Oh. Ich muss ja mal mit dem Inventar mal eben aufräumen. Äh. Alles raus, was wir nicht brauchen. So. So. Das brauchen wir schon. Das kann weg. Das kann weg. Auch nicht. Obwohl. Na. Wunderbar. Gut. Dann... Haben wir das bestimmt fertig. Genau. Jetzt kommen die beiden. Ähm. Brauchen wir sonst noch was dafür? Halt. Der war falsch. Nehmen wir den. Maschinenblock. Den machen wir dann eben. Äh. Ich wundere mich gerade über die Geräusche, die die Dinger machen. Aber das ist schon alles seine Richtigkeit hier. Okay. Maschinenblock. Zack. Kann schon mal in die Mitte. Und... Die, die, die... Aloys. Aloy, Aloy, Aloy. Drumherum. Okay. Einmal, zweimal. Perfekto. Okay. Äh. So. Advanced Maschinenblock. War es das schon? Genau. Jetzt gehen wir oben den... Oh. Habe ich noch einen Dingenschlüssel? Nein. Aber natürlich nicht. Hm. Tja dann. Müssen wir mal eben... Ähm. Zyrenwolle kriegen. Nehmen wir nochmal Zyren. Ähm. Ach genau. Äh. Äh. Graue Wolle oder Zyren-Dai. Lapis und Kaktus. Lapis. Und... Kaktus haben wir glaube ich gerade nicht da. Aber das können wir ja schnell mal organisieren. Wo haben wir sie denn? Die Kacken. Kacken. Ja, okay. Auf mehrfachen Wunsch eines Einzelnen. Können wir euch aber auch anstellen. Ganz ehrlich. Kacken. Ups. Siehste? Dann passiert nämlich sowas. Höhöhöh. So. Kack... Äh. K... Kack... T... In. So. Alle Mann zufrieden? Ja. Schön. Püh. Kacken war viel cooler. Jetzt aber hopp. Na hopp. Na hopp. Na komm. Na komm. Hopp. 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 So ist fein. Lappes. Hm. Kaktus. Gibt Zyran. Ein Zyran. Ein Wolle. Ein Wolle. Nein, das ist kein Wolle. Das ist ein Wolle. Wolle, Wolle. Zyran, Wolle, Wolle. Für... Omni-Wrench. Eine Golde. Zwei Diamante. Keine Probleme. Fünf. Fünf. So. Eins, zwei. Gold. Zyran. Omni. Perfekt. Dann kann der Scheiß nämlich weg. Und zwar, weil wegen der Sicherheit. Shift-Click. Ups. So, genau. Die macht nämlich auch, 100% meine ich sogar, die Dinger kaputt. Also abbaut. Und die kann halt mit beiden verschiedenen Rängen arbeiten. Also die ist beide verschiedene Rängen. Deswegen ja auch Omni-Wrench. Ja. Und das ist das Gute daran. Okay, das ist der Kompressor. Der Advanced Machine Block. Und die... Oh, hier ist ja noch Obsidian. Okay. Obsidian drumherum. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das Ding am allerbestigsten verdingsbumsere. Am besten mit einem Hebel. Mit einem Hebel. Hebel, 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 Hebel. So, wenn das Ding gleich fertig ist, dann können wir auch Schluss machen. Leber. Leber. So, denn die... Diese Advanced, also diese Tier-2-Maschinen, brauchen nämlich Redstone-Signal, damit sie sich aufheizen. Und je mehr sie halt aufgeheizt sind, desto schneller arbeiten sie nun mal. Das ist sehr, sehr... Ups, Entschuldigung. Sehr, sehr praktisch. Ich habe das Ding eigentlich durchgehend Lava. Ja, ne? Ja. Sehr gut. Dann kann das Ding auch nicht trocken laufen. Wenn man das so nennen mag. Ja. Und dann können wir schon mal... Ähm... Ja. Eins nach dem anderen. Ich würde sagen... Das... Das läuft... Das qualmt so süß. Äh, nimm euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.